Hallo zusammen, willkommen zum dritten Video des Alienware Laptops. Video 1 war das Auspacken, Video 2 war ein Test von Rocket League und jetzt kommt, wer hätte das gedacht, Minecraft habt ihr euch gewünscht und das kommt jetzt auf dem Gerät hier. Einmal normal und einmal mit ein paar Shadern drin, um zu gucken, was das Laptop kann. Weil wir machen so eine Art kleine Let's Play Serie, morgen kommt noch ein Spiel und das fünfte Video ist dann quasi ein Render-Duell zwischen dem und meinem Hauptrechner. Ich rechne denen keine großen Chancen bei, trotzdem möchte ich sehen, was er kann. Gut, ich würde sagen, ich zeige euch mal das Setup und dann fangen wir einfach mal mit Minecraft an. So, ich habe natürlich wieder mein ganz normales Mischpult dran mit dem Mikro. Habe ich dann hier angeschlossen. Dann habe ich die Maus dran und eine vernünftige Tastatur, weil ich hasse es, auf Laptop-Tastaturen zu spielen. Da können wir halt einfach eine ganz normale Tastatur anschließen und ansonsten meine Webcam, damit es die gewohnte Optik ist, wie in den anderen Videos auch. Und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. So, Mikrofon am Start. Dieses Video wird Ihnen präsentiert von Alienware mit Intel Core i7-Prozessoren. Auf geht's! Und da sind wir auch schon drin, mit 90 FPS stehen wir hier rum. Ganz wichtig, kleine Anmerkung, wenn ihr so ein Laptop habt, guckt, dass die Nvidia-Grafikkarte benutzt wird, weil oben rechts seht ihr immer zum Beispiel GeForce GTX 970M. Da stand gerade irgendwie die Intel-Grafikkarte für den Desktop. Da läuft natürlich Minecraft total beschissen drauf. Und deswegen müsst ihr einfach immer gucken, dass die Grafikkarte auch aktiviert ist. Das geht in den Nvidia-Systemeinstellungen. Wie das funktioniert, guckt dazu einfach mal im Internet. Wir testen jetzt einfach mal das Laptop hier und gucken, wie sich Minecraft verhält. Weil Minecraft ist ja auch, je nachdem, was man hier drin laufen lässt, ganz schön hardwarelastig. Und hier kann man sagen, 88 FPS ist eigentlich ganz gut. Läuft alles geschmeidig und butterweich. So, ändern wir mal den Shader, beziehungsweise machen wir mal einen Shader rein. Acid Shader. Wofür der Shader gut ist, weiß ich allerdings nicht. Das ist, glaube ich, wenn er mal nach einer Party nach Hause kommt, das ist total alles verzehrt. Das ist manchmal nicht so schön, glaube ich. Total komisch. So eine riesige Welle. Okay, ändern wir mal wieder. Wir nehmen mal einen Shader, der auch... Ich habe zu viele Shader hier drin, sehe ich gerade. Alle werden wir nicht durchgehen. Wir nehmen mal so einen High-FPS-Shader, den Varus. Und zwar nehmen wir den Ultra mit Dov. Und man muss sagen, 61 FPS, super gut. So, und... Ja, okay, den Effekt hat er auch drin, dass quasi das, was man anguckt, scharf wird. Und wenn man hier dran vorbeiguckt, unscharf, scharf. Und scharf, scharf. So. Das ist ja dieser DOF Shader. Äh... Ultra hatten wir jetzt schon. Obwohl Ultra hatten wir noch nicht. Obwohl doch Ultra Dov hatten wir. Jetzt können wir nochmal in den Zeus reingehen. Der ist natürlich auch sehr Hardware-fressen. Wir nehmen aber mal den Ultra Motion Blur. Und auch hier wieder satte 50 FPS. Warte, ich mache mal die Anzeige aus. Genau, 47, 48. Also läuft auf jeden Fall sehr geschmeidig. Lasst euch aber nicht unbedingt immer von der Zahl da oben beeinträchtigen. Weil guckt, wie es bei euch läuft und wie es für euch aussieht. Weil zum Beispiel, wenn man Minecraft Mark bei mir guckt, das Ganze hat immer so 20 bis 30 FPS. Das sieht man aber nicht unbedingt in der Aufnahme. Beziehungsweise dann, wenn man spielt. Außer natürlich, es droppt weiter nach unten. Dann ruckelt es zierisch. Und dann ist es auch nicht mehr schön. Aber hier habe ich jetzt satte 50 FPS, 44, 48. Nichts schlägt. So. Was haben wir denn noch hier zur Auswahl? Ich glaube, im Grunde war das schon der Hardcore Shader, wenn man so möchte. Ich kann das nochmal hier einnehmen, wo High steht. Oder Extrem nehmen wir einfach mal. Extrem hört sich natürlich noch extremer an. Auch mit der schönen Wasserreflexion. Viele Schatten drin. Sehr hell. So. Und auch hier haben wir 50 FPS. Also total spielbar hier drauf. Und selbst wenn ihr jetzt keine Shader anhabt, dann habt ihr richtig flüssige 60 FPS in der Aufnahme. Jetzt machen wir nochmal Shader aus und nehmen mal ein anderes Texturpackage. Und zwar ein 256er. Ist auch eher untypisch, dass man sowas drin hat. Normalerweise nimmt man eigentlich immer so 64er. Ich habe auch mal von Leuten gehört, die 128er benutzt haben. Aber ich sage mal so, wenn ihr PvP spielen wollt, je geringer das Texturpackage ist, desto flüssiger läuft es, desto höher ist eure Chance zu gewinnen. Aber das ist jetzt so ein 256er Texturpackage. Gucken wir einfach mal rein. Läuft auch mit 80 FPS. Also richtig gut. Sogar in der Aufnahme, wenn man mal jetzt überlegt. Ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Und jetzt holen wir nochmal den Shader dazu und gucken mal, was er dann macht. Und zwar, wir nehmen den Zeus. Wie gesagt, den Zeus Ultra. Wir nehmen aber No Blur. Dass es ein bisschen klarer aussieht. Und selbst da haben wir wieder unsere gewohnten 45 FPS. Also im Grunde, wenn ihr Shader drin habt, könnt ihr so rechnen, 40 bis 50. Wenn ihr High-FPS-Shader hat, sogar noch ein bisschen mehr. Und ansonsten habt ihr so um die 90 FPS. Also richtig gut. Und das ist jetzt Minecraft 1.8 mit Optifine drin. Und den Shader-Mod. Wo haben wir das ganze? Video-Settings. Und Render-Distanz 8. Ich kann mal weiter hochgehen. Nehmen wir mal einfach 12. Machen wir nochmal Fancy. Und selbst hier haben wir jetzt wieder gewohnte... Was heißt gewohnte? Aber haben wir wieder zwischen 40 und 50 FPS. Also ganz gut. Und wenn wir jetzt keine Shader mehr drin haben... Trotz des dicken Textur-Packages haben wir jetzt hier wieder 80 FPS. Also läuft richtig gut. Gut, ich würde sagen, morgen kommt das dritte und letztes Spiel. Danach kommt das Render-Duell mit meinem Rechner. Und ich würde sagen, schreibt einfach mal in die Kommentare, welches Spiel ich als drittes ausprobieren soll. Weil das nehme ich morgen auf. Das heißt, ihr könnt noch abstimmen, welches Spiel ich quasi spielen soll. Und deswegen einfach in die Kommentare rein. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. In der Videobeschreibung ist auch der Link zu dem Ding hier. Und auch nochmal die genaue Konfiguration. Ja, ansonsten. Bis zum nächsten Video. Und haut rein. Tschüss.